Hallo, ich bin Philipp von Nerdfamilizin und habe heute wieder meine Frau Steffi mitgebracht. Steffi ist ja eine Hebamme aus Leidenschaft und ihr habt vielleicht schon Teil 1 gesehen, wo wir ein bisschen über Geburt im Rettungsdienst gesprochen haben. Da ging es eher so darum, was sollte man die Frau fragen, was sollte man vielleicht mitbringen, der Mutter passt ganz, ganz wichtig an der Stelle, aber manchmal, und darüber haben wir auch in Teil 1 gesprochen, muss man tatsächlich im Rettungswagen oder vor Ort direkt das Kind kriegen. Und wir dachten uns, vielleicht wollt ihr auch einen kleinen Refresher haben, wie das so geht. Bevor meine Frau Steffi euch so ein bisschen erzählen wird, wie es in der Geburt abläuft, was man beachten muss, vielleicht von meiner Seite, was man im Rettungsdienst besonders vorbereiten sollte. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist ja immer der Wärmeerhalt, gerade bei einem kleinen Kind. Das heißt, dreht die Heizung auf, wenn ihr vor Ort seid, oder heizt den RTW richtig schön ein, sodass ihr ordentlich ins Schwitzen kommt, denn das ist sicherlich gut für das Kind. Teil 2 ist, dass ihr das Set zum Abnabeln euch schon mal bereitlegt. Das ist ja normalerweise im Kinderkoffer gut verstaut. Das heißt, das sind normalerweise zwei Nabelklemmen und eine Schere zum Nabelschnur durchschneiden später. Und dann lasst euch Handtücher geben. Das kann die Mutter ruhig von zu Hause alles mitbringen und wärmt die Handtücher an. Entweder ihr legt die, und der Tipp kommt von meiner lieben Frau, einfach über die Heizung. Oder aber, wenn ihr im RTW seid, dann stopft ihr euch die im Notfall einfach auch mal unters Hemd, dass ihr die am eigenen Körper anwärmt. Wichtig ist, dass die Dinger warm sind. Und von meiner Seite auch noch, der Kinderkoffer ist ja manchmal in manchen RTWs gar nicht so leicht, während der Fahrt zu erreichen. Das heißt, wenn ihr den Kinderkoffer, und das werdet ihr ja wahrscheinlich bei so einem Neugeborenen, dann brauchen werdet, dann legt ihn euch auch bereit, sodass ihr drankommt. Jetzt kann es fast losgehen. Eine Sache noch, das war meinem Kumpel aus der Gyn ganz, ganz wichtig. Natürlich kann so eine Frau unter der Geburt auch mal Komplikationen erleiden. Das heißt, ihr solltet einen Zugang legen, und zwar einen möglichst großlummigen Grün mindestens. So, Steffi. Das war es so von Seiten Rettungsdienst. Jetzt kommt dein Part als Hebamme. Richtig. Das Kind kommt, das Kind kommt, das Kind kommt. Was machen wir? Super. Wir lassen es einfach kommen. Also deswegen Punkt eins. Habt keine Panik. Kinder, die kommen wollen, die kommen einfach. Deswegen, die kommen mit euch, die kommen ohne euch. Super, wenn ihr dabei seid. Perfekt. Das ist natürlich noch mal eine bessere Unterstützung. Also deswegen, habt keine Panik, auch wenn euch die Pumpe geht. Das ist vollkommen klar. Strahlt Ruhe aus. Dazu hat mal jemand übrigens was ganz Interessantes gesagt. Sagt immer wieder, es ist alles in Ordnung. Das wird schon. Und atmet tief durch. Ich glaube sogar, ich habe das mal in einem Podcast gesagt. Dann beruhigt ihr die Frau. Ihr beruhigt euch aber auch selbst. Und das gesamte Team. Okay. Das klingt noch einfach, Steffi. Aber was machen wir jetzt? Ja, also letztendlich, ihr kommt zu der Frau, merkt vielleicht zu Hause, hey, das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass wir nicht linig fahren. Das Kind kommt jetzt. Also lassen wir es auch kommen. Das heißt, wir lassen auch, oder ihr lasst die Frau in der Position, in der sie eben sein möchte, in der sie entbinden möchte. Man muss sie nicht in eine andere Position zwingen. Sollte sie natürlich im Krankenwagen sein, dann empfiehlt sich die Seitenlage, ist für die Frau ganz bequem und ihr habt auch so ein bisschen die Kontrolle. Ich glaube, du hast es mir erzählt, man kann sich dann quasi vor das Gesäß der Frau setzen. Die Frau kann sich vielleicht sogar noch mit dem Fuß bei einem abspritzen. Und vor allem hat man, glaube ich, einen ganz guten Blick auch darauf, wo das Kind dann rauskommt. Das ist richtig. Okay. Puh, gut. Jede Frau darf sich die Position selber auswählen. Das klingt abenteuerlich. Wenn die aber steht, dann muss man darauf auffassen, dass das Kind nicht auf den Boden klatscht, oder? Ja, genau. Also es muss jetzt nicht zu abenteuerlich werden. Genau. Aber wenn die in der tiefen Hocke ist, im Knien, auf dem Rücken, was auch immer, dann... Vielleicht legt man ja ein Kissen unter. Genau. Das klingt cool. Aber jetzt kommt die nächste Frage von mir an dich. Und zwar weiß ich noch aus meinem Rettungssanitäter-Kurs tatsächlich. Da hat mir einer damals, da mussten wir an so einer Lederpuppe so ein Kind da rausbringen. Das war auch schon alles, was ich darüber gelernt habe. Und dann haben die gesagt, auf jeden Fall immer den Dampschutz machen. Steffi, was sagst du zum Dampschutz? Ja, Dampschutz ist ein super tolles Thema irgendwie. Und ist auch sinnvoll, wenn man es kann. Wenn man es noch nie gemacht hat, ist es schwierig. Deswegen, ich kann euch einfach sagen mal, wie der theoretisch geht. Also letztlich eben lege ich die rechte Hand an den Damm ran, versuche das Gewebe auch so ein bisschen zusammen zu raffen und lege die linke Hand an den Kopf daran und versuche eigentlich dann quasi mit der linken Hand den Kopf austritt einfach zu kontrollieren. Das heißt einfach zu bremsen, dass der nicht rausploppt, der Kopf. Richtig. Mach ich so gut. Nein, aber deswegen könnt ihr auch einfach wirklich sagen, Dampschutz verzichte ich, aber ich mache die Kopfbremse. Ich lege einfach meine Hände an den Kopf dran und versuche den einfach so ein bisschen auszubremsen. Was schadet denn dem Damm so richtig? Also was ist das, wovor wir den Damm schützen wollen? Naja, vor einer großen Geburtsverletzung. Also eine Geburtsverletzung ist normal und das darf auch sein, aber... Und dass das Kind nicht einfach so rausflutscht am Damm vorbei, oder? Ja. Okay. Das verstehe ich. Gut, jetzt wird ja normalerweise dann das Kind auch kommen, wenn wir schon vom Dampschutz reden. Ich glaube, du wirst uns gleich nochmal so ein bisschen mit so einem künstlichen Becken auch mal zeigen, wie das so funktioniert. Da freue ich mich schon drauf. So, jetzt ist das Kind da. Was machen wir dann? Genau, also eben wenn der Kopf geboren ist, wir haben jetzt erstmal den Kopf bekommen, dann ist auch einfach wichtig, man muss wissen, dass nach der Kopfgeburt erstmal eine Pause ist. Das heißt, wir warten auf die nächste Wehe. Die Frau darf ruhig nochmal ruhig tief ein- und ausatmen. Ihr selber atmet vielleicht auch nochmal tief ein- und aus. Und mit der nächsten Wehe kommt der Rest. Genau. Okay, jetzt ist der Rest da. Das Kind ist da. Es schreit. Ich glaube, an der Stelle sollten wir sagen, wir haben uns überlegt, wir machen noch einen Teil 3 daraus, weil es uns so viel Spaß macht, zusammen Sachen zu drehen. Ich muss Steffi immer dazu ein bisschen nötigen. Und die postfatale Versorgung von Kind und Mutter, das machen wir nochmal im getrennten Beitrag, weil das wäre sonst einfach too much. So, jetzt ist das Kind da. Aber das baumelt ja noch an der Mutter. Richtig. Da ist ja noch dieser Faden oder Nabelschnur, sagt sie, glaube ich, im Kreißsaal. Ja. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Ja, also die Nabelschnur, wir setzen quasi die erste Klemme 20 cm von dem Hautnabel vom Baby, streichen dann die Nabelschnur einfach ein Stück aus, setzen dann nach ca. 5 cm die zweite Klemme und können dann mit der Schere eben dazwischen die Nabelschnur durchschneiden. Das dürft ihr machen, das darf aber auch gerne der Papa, die Mama oder die Nachbarin machen. Wer halt will, oder? Genau. Okay. Und 20 cm, da kann man eigentlich sagen, so eine Handlänge. Genau. Warum lässt man so viel stehen? Ja, einfach um nochmal ein bisschen Sicherheit zu haben. Das heißt, dass ich im Notfall nochmal eine zweite oder auch eine dritte Klemme setzen könnte, falls die erste aufgegangen ist. Genauso auch Nabelvenenkatheter, was auch immer. Es gibt ja ganz lustige Dinge, die man machen kann, dass man einfach zumindest die Möglichkeit hat, noch eingreifen zu können. Okay. Und jetzt ist ja noch die Plazenta in der Frau. Richtig. Was machen wir? Also die Geburt ist letztendlich ja dann erst beendet, wenn die Plazenta auch geboren ist. Aber die ist nicht so wichtig, dass ihr die jetzt auch noch zu Hause bekommt. Das heißt, ihr könntet auch einfach die Frau, das Kind euch einpacken, mitnehmen, Plazenta da sein lassen, wo sie ist. Und dann darf wenigstens die Plazenta in der Klinik geboren werden. Okay. Und wenn die Plazenta jetzt schon da ist, jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene. Manche pflanzen Bäume drauf, andere machen Globuli. Es gibt auch welche anscheinend, die das essen, wenn man so im Internet nachguckt. Wie gehen wir mit der Plazenta vor? Was wäre dir wichtig für uns im Rettungsdienst? Ja, wichtig ist eben, sollte die Plazenta wirklich geboren sein zu Hause, dann packt sie ein, nehmt sie mit, einfach in eine Mülltüte einschlagen, dass sie in der Klinik einfach nochmal angeschaut werden kann, dass sie vollständig ist. Und dann darf jeder mit seiner Plazenta machen, was er möchte. Klingt gut. Okay. Und dann muss man ja noch irgendwas dokumentieren. Also Ort und Zeit der Geburt, das schreibe ich dann hin, 12. Dezember, Rettungswagen in Nürnberg, 83.1. Oder? 12. Dezember, oder war es der 10.? Also Datum auf jeden Fall, Uhrzeit und Ort ist natürlich die Straße und die Hausnummer. Da, wo ihr gerade seid, entweder zu Hause oder eben auch da, wo der Rettungswagen gerade steht, eine Kreuzung oder was auch immer. Genau. Okay. Dann, haben wir eigentlich alles Wichtige gesagt, jetzt kommt... Eins wäre mir noch wichtig, ähm, ähm, genau, achtet nach der Geburt trotzdem auf die Blutung. Ähm, es kann trotzdem ja postpartal immer zu einer Blutung kommen, ähm, deswegen, wenn ihr in die Klinik fahrt mit der Frau, lagert die einfach nach Fritsche, das heißt, die Beine sind so überkreuzt. Mhm. Ähm, da habe ich die Blutung, ähm, kann ich einfach besser kontrollieren, ähm, ja. Und zu viel Blut ist... Zu viel Blut ist einfach, wenn es quasi dann über den Schambereich, über die Beine hinausläuft. Okay. Das ist der Kontrollbereich. Cooler Praxistipp. Super, aber jetzt kommst du mit deinem Becken. Jetzt, richtig. Okay. Jetzt setze ich mich mal zu Beginn. Steffi hat schon starke, starke, starke Wehen. Die presst schon gegen, das Kind kommt, das Kind kommt, das Kind kommt. Ach, Ruhe ausstrahlen. Genau. Es wird alles gut. Tief durchatmen. Das Kind ist ja schon volle Kanne dabei, schiebt sich durchs Becken durch und jetzt kommt dein Part, weil die Frau presst und presst und presst und presst und presst und presst und schiebt raus und jetzt... Ah, ich sehe den Kopf. ...machst du einfach mal einen Dammschutz, indem du deine Hände auf den Kopf legst, den Kopf kontrolliert kommen lässt. Ja, ja, ich drücke gegen. Genau. Ah, da ist der Kopf. Schwupp, jetzt ist er geboren. Wir warten ab. Du legst die Hände einfach an die Seite von dem Kopf. Das Kind dreht sich nämlich noch einmal. Ah, jetzt kommt die nächste Wehe, oder? Genau, nächste Wehe. Kommt die Frau. Gleich haben sie es geschafft. Schiebt wieder super mit und das Kind kommt und ist geboren. Also, herzlichen Glückwunsch. Wow. Es ist ein angezogenes kleines Mädchen. Perfekt. Kann man sich auch mal High-Fight geben, oder? Wir haben das sehr gut gemacht. Ich habe das sehr gut gemacht. Natürlich. Also, gut. Genauso einfach, wie wir es dir gerade dargestellt haben, ist es immer. Wir danken an der Stelle unserer Tochter Jule für die nette Leihgabe von der Isabel. Jetzt haben wir noch so ein paar Do's und Don'ts, glaube ich, vorher ausgemacht. Die erste Frage, die ich dir gestellt habe, also wenn ich mal das Gefühl habe, es geht zu langsam und der Kopf ist schon da, kann ich dann einfach mal ein bisschen am Kopf ziehen, um das Ganze zu beschleunigen? Nein, eben, auf keinen Fall. Lass den Kopf in Ruhe, auf keinen Fall in den Kopf ziehen. Okay. Der macht das schon. Genauso auch wie diesen Christella-Handgriff auf dem Bauch. Das heißt, das Kind quasi von oben rausdrücken. Rausdrücken, genau. Auch das macht es nicht. Also, da richtet man mehr Schaden an als alles andere. Aber, 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 den Dampfschnitt kann ich machen, oder? Ich muss ja als Arzt irgendwas machen. Auch der ist obsolet. Wenn Gewebe reißen will, dann lass es einfach reißen und schneidet nicht. Also, deswegen... Also, niemals Dampfschnitt? Nein. Okay. Wir kommen wieder in die Beobachtungsrolle. Dann eben nicht. Lass die Frau einfach gebären. Ja, aber, und wenn jetzt der Damp dann reißt? Dann reißt der eben. Und dann wird er in der Klinik wieder versorgt. Auch das ist vollkommen normal. Vollkommen normal. Okay. Ja, gut. Cool. Steffi, vielen, vielen Dank. Du hast mir wieder ein perfektes Update gegeben, wie ich mit so einer Situation umgehen würde. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ihr wisst, wir sind immer ansprechbar für irgendwelche Fragen, Anregungen, Tipps, Tricks von eurer Seite. Auch hochspannend für uns. Vielen, vielen Dank für das tolle Feedback, was wir bekommen. Und wenn ihr uns einen riesen Gefallen tun wollt oder ein kleines Weihnachtsgeschenk uns Nerdfamilie ziehen und zu Weihnachten machen wollt, unbedingt teilen und liken. Das war es von uns. Wir machen noch ein Part zur postpartalen Versorgung von Kind und Mutter und freuen uns auf euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.